Kannst du dich schon bücken? Nee. Ah, okay. Ich kann auch keine Map öffnen. Ah, ja, ich hab auch schon falschen Knopf gedrückt. Wo geht denn hin? Geradeaus. 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 Let's go. Jetzt gibt... Pff, ich dachte jetzt ist da schon Krieg. Oh je. Ich muss beim ersten Gegner direkt mal die Armbrust auswirren, bei so einem Kleinen. Äh, wie war's? Ah, dahin ist der erste Inweis, okay. Oh. Der ist vielleicht zu viel des Guten, oder? Direkt am Anfang. Rum rumschleichen kurz? Wir müssen halt genau hinter die Mauer, ne? Warte, den Wurm klicke ich. Achtung, links ist auch einer. Hat er uns gesehen, oder ist der dumm? Oh. Oh, hier ist es. Warum sind denn gerade so viele Zombies unterwegs? Wahrscheinlich direkt schon am Monster stehen, oder so. Ich treffe mit der Armbrust gar nichts. Ich brauche wieder meinen, ne? Warte mal, ich mach mal kurz nen Prozess, okay? Pop, 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 power! Oh nein, ne, ne. Sehr gut. Ah ne, was war das? Schieß. Alter. Äh, Achtung, Hunde. Obwohl es viel zum Thema kein Jack ist, ne? Da kommen noch mehr Hunde. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Achtung, brennt er. Geh nicht abschießen. Okay. Oh, ich, ich glaube ich sterbe, ja. Ja, 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 ich sterbe. Ich bin am Verbluten. Oh, scheiße. Was ne Kackrunde. Oh, ich lebe doch mit nem Strichleben. Wie kämpfe ich dann? Also, okay. I'm the best around. Okay, ähm, das war interessant. Da liegt noch ein Pfeil von dir, oder? Ach, den kann ich wieder einsammeln? Ah, ja. Natürlich. Oh, da hinten wird geschossen. Ich hole mal den Hinweis. Ey, was bist denn du für ein Ding? Ein Spieler? Äh, Achtung. Spieler. Ja, ich hab den grad gesehen. Der ist hier vorne dran rumgestichtet. Ich war mir nur nicht sicher, was er ist. Komm der jetzt von hinten oder von vorne? Ich weiß es nicht, ich hab ne recht schlechte Sicht, weil ich vergiftet bin. Durch ihn jetzt? Ich bin ins Gift gelaufen, wie ein Idiot. Der ist da auf jeden Fall rein. Ich hab's nur gesehen. Er ist safe da drin. Er ist tot. Ich weiß nicht, ob noch einer da ist. Ich verbrenne ihn. Da war nur einer. Safe. Ich hab den hier rumschleichend sehen. Ich hab den ewig beobachtet und mich gefragt, was für ein Monster das ist. Was ist da nochmal aufgestanden? Ne, der ist nochmal aufgestanden. Ist er jetzt tot oder du? Er ist tot. Ich hab nochmal drauf geballert. Er steht nochmal auf. Was ist das? Alter. Warte, ich komm. Hängt's an mir? Wer ist da zum dritten aufgestanden? Wo ist er? Wo ist er? Was? Was war mit dem? Weiß nicht. Ich hab keine Schrotzenmulli mehr. Ähm, vielleicht kannst du ihn... Da, guck! Ah! Siegst! Ist das überhaupt ein Spieler? Töte deinen ersten, jetzt ist er tot. Ich hab grad einen ähm... Errungenschaft bekommen ins Team. Aber da steht die ganze Zeit wieder auf. Das war jetzt zum vierten Mal. Ja, ich glaub jetzt ist er wirklich tot. Sicher? Bestimmt. Wenn nicht sollten wir einfach gehen. Ich kann nochmal ausrauben. Rauben mal kurz aus. Oh. Ich hab Verbrauchsgüter bekommen. Also... Meinst du, er ist jetzt wirklich tot? Ja, ich hab ne Errungenschaft bekommen. Ich geh davon aus, dass er jetzt wirklich tot ist, ja. Ja. Das war mit ihm, Alter. Steht ihm wie 800 Mal auf. Oh, da hinten war das schon wieder. Ich hab keine Schrotzenmulli mehr. Ich hab nur diese scheiß Armbrust. Was soll ich machen? Ey, was soll ich sagen? Ich hab... Wer rennt hier? Was? Ah. Gott, machen wir doch keine Angst. Boah. Du hast mir Angst gemacht. Ich mit dieser... Okay, wir müssen erstmal als Muni suchen. Das wird sonst nix. Aber die Schrottschnappe wird ja schon verbannt. Ich hab schon... Ähm... Ich hab unseren Hinweis links schon... Äh... Die sind neben uns, ne? Ach, wir sind schon beim Boss. Wir haben den Boss gefunden. Wir haben den anderen. Habe ich ja vorhin vermutet. Oh. Sind du dir sicher? Ja, guck auf die Karte. Äh... Top. Ah. Das kriegt man dann also angezeigt, wenn man den... Wenn man daneben steht. Ja. Und wenn du oben links guckst. Äh... Da ist bei diesem komischen Typen, mit dem wir gefunden haben, direkt schon drei ähm... Drei Punkte drin. Hinweise. Genau. Er ist bestimmt hier hinten dran, oder? Ne. Äh... Wenn du die Sicht anmachst, siehst du wo er ist. Ja, der ist hinten dran. Komm mal dahin. Außenrum. Hier geht's auf. Alter, wir werden so getötet jetzt gleich. Na klar werden wir voll getötet. Wir sind so tot. Ah. Ich muss drauf bleiben. Ey. Ich muss nicht, dass ich drauf bleiben muss. Ich hoffe, es kommt jetzt keiner. Ey, ich glaub schon. Ich hab's nämlich vorhin Knallen hören. Oh, super, Alter. Mit zwei Schrotzen Schuss. Ich hab auch nicht mehr. Erstmal Molly rein. Ich kann hinter uns die Tür schließen. Ist gut. Ich weiß, ob das schlau ist. Wir sind halt mit dem Boss eingesperrt, ne? Ah! Wo ist er? Da! Über dir! Alter! Das wird nicht lustig, gell? Er hat schon die Hälfte von seinem Leben verloren. Ich glaub, du hast den saugut gedamaged. Achtung! Oh nein, der brennt überall! Ach so! Ach so! Äh. Alter, was? Kannst du hier ausmachen? Was? Äh. Ja, warte. Wie ging das? Wir müssen ganz schnell Moni suchen. Die kommen gleich. Wer kommt? Alle Leute, die wissen, dass wir den Skandalen verbanden sind. Gibt's hier Moni? Ich such grad. Ach, das bist du. Ja, tschuldigung. Ich hab'n bisschen gehuscht heute. Oh, ach! Sie kommen! Was? Oben! Sie kommen! Sind sie oben? Ja, ja. Mich hat einer eingeschossen. Oh, fuck! Wir haben nix! Wir haben nix! Ja, keine Moni! Achtung, ich mach hier ne Falle hin. Mach Molly hin! Ich mach hier ne Falle hin. Dann mach ich Molotow dahin, okay? Du weißt ja nicht, ob die kommen. Wir halten die mal, bevor es... Ne? Achtung, jeder, jeder Ausgang ist, äh, gesaved. Ich hab ne dumme Hand ab, bloß. Wie soll das gehen? Alter, ich treffe dem scheiß Ding doch gar nix. Die warten aber halt locker draußen jetzt, ne? Aber dann wissen wir, wo sie sind. Wir können die angucken. Wir können die sehen. Draußen fällen Hunde. Das wird ne Panikrunde. Abartig ist es jetzt schon. Wir müssen dann gleich zum Ausgang, egal wie. Ich hab halt nur die scheiß Armbrust, ne? Denk dran, hinter dir könnt ihr auch runterkommen. Aber oben hab ich auch ne Falle hin gemacht. Hinter mir? Ja, da geht's hoch. Da ums Eck. Nein, da. Hier. Hallo. Hier, hier, hier. Hey, hey, psst. Hey, hey! Was denn? Hier oben. Ja, ja. Aber da ist ne Falle. Also aufpassen. Ich muss eh gleich dir folgen, weil ich überhaupt keine Peilung hab, wo ich mich in Fallen dreht. Boah, das wird so schief gehen. Also draußen hat auf jeden Fall einer auf mich geschossen, hat aber komplett verfehlt. Aber ich werd mit meiner dämlichen Handarmbrust halt auch nix gebacken bekommen. Ich glaub ich guck trotzdem. Eigentlich müsste ich mich umgucken, ne? Also wenn du das machst, bist du halt safe tot, wenn die hier drin sind. Ich hör Schritte. Ich bin mir nicht sicher, ob ich deine Schritte hör. Also ich hab eine Schrotflinten-Munition hab ich gefunden. Oh, da draußen ist ne Munitionskiste. Aber ich trau mich nicht raus zu gehen. Ich seh den Spieler. Wir sind auch gleich fertig, ne? Da ist einer. So ich komm? Äh, ich glaub lieber nicht. Ich werf auch mal was hin und hoffe, dass es klappt. Jetzt sind wir halt auf dem Silbertabletten, sobald wir das einsammeln. Also der, wo gerade eben da war, ist da hinten in so einem Haus, hat er sich niederges- äh, hat er sich versteckt. Aber nicht im selben Gebäude, oder? Ne. Hm, was tun wir? Ich weiß es nicht. Es bringt eigentlich nur was. Warte, die Schritte sind wieder ums Haus. Er kommt, er kommt, er kommt. Hier, hier, hier. Zeitlich. Achtung, ich glaub, er kommt rein. Ja. Hast du? Nein. Warte, es war nicht auf uns. Stopp, wir kämpfen hier nicht mit. Hab einen. Oder? Hab einen. Aber die Echsen kommen. Ich hab keinen Schroffchen im Mund mehr. Wo sind sie denn? Da hinten kam einer. Scheiße, wir sind so tot. Warte doch mal ab. Siehst du in der Ecke? Liegt der da noch? Der liegt da noch? Aber ich glaub, die kommen jetzt von der anderen Seite. Ich hab halt keine Schrotze mehr. Ich hab nur meine Kack. Das wird schon gehen, ich hab auch keine Schrotze mehr. Achtung, ich hör was. Da kämpfen noch andere. Das hat nichts mit uns zu tun. Aber um unser Haus ist noch mindestens einer. Hast du noch einen Molotow? Ja. Achtung. Ich hör's. Und niemand redet. Der spricht da. Nee. Das war's nicht du. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Was geht ab? Das war ein Spellkäfer. Er weiß, wo wir sind. Scheiße. Wie lange weiß er das jetzt? Durch das Husten. Er ist halt genau hier, ne? Ich glaub, der ist da hinten oben. Wo du den ersten erschossen hast. Ich hör ihn hier links. Du hörst ihn? Ich hör Schritte immer wieder. Er hat einen Spellkäfer reingeschickt. Jetzt weiß er, dass wir hier zu zweit sind. Ich wusste nicht mal, dass es sowas gibt, alter. Ich dachte, ich wusste auch nicht, dass das er ist. Also ich denk mal, das war ein Spellkäfer. Ich hab nur plötzlich einen Insekt gesehen und dachte mir so, hä, was'n das? Alter, der kleine Penner macht mich kirre. Mach mal jetzt? Ich weiß doch auch nicht. Wir müssen eigentlich hier in diese Richtung raus, wo wir stehen. Und zwar jetzt. Ja, ma. Oder? Ich werd da mit der Armbrust nichts hinkriegen, ne? Außer ich versuch ihn jetzt zu kühlen. Ich weiß halt nicht, auf was wir jetzt warten sollen. Ich hab gehofft, er macht nen Fehler. Hast du das? Ja. Wer rennt? Wer rennt? Ich. Ich? Ja. 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 Okay. Ich hab schrotzen, Muni. Hast du die oben gefunden? Ja, aber da hustest du direkt. Wo? Was? Oh, du bist meine Falle gerannt. Ja. 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 hier raus, oder? Nicht der schnellste Weg? Das ist halt ein sau-lautes Tor. Ja. Ja, dann komm ich dir jetzt hinterher. Ähm. Nein? Moment. Wenn wir hier durchgehen, sind wir am schnellsten draußen. Warum seh ich n dir ganz außen rum? Äh, ich würd gerne den Spieler kurz äh, ausrauben noch. Kann man sich auch tarnen? Ich glaub nicht. Ich guck nochmal. Ich seh gar nix außen rum. Dann geh mal. Haben wir Katze? Auf. Egal wohin, aber runter vom Gelände. Ich verwende Schattensicht. Ich seh gar nix. Hä? Okay. Strange. Als ob der jetzt aber gegangen ist. Ich hab keine Sicht mehr. Okay. Wie weit ist es bis zu diesem Punkt? Wir sind gleich da. Dann guck ich... Was heißt denn gleich? Guck du mal. Und da einmal umdrehen? Siehst du was? Nein. Ich hör Schüsse von rechts. Äh, rennt so ein Ding vorbei? Leider. Wir sind gleich so tot. Oh Gott. Nice. Ach nö. Wir müssen was Wasser. Wo ist das Ding? Vielleicht hat er sich die anderen gefehlt. Ja ist er. Weil das war der Baum. Den haben wir vorhin gehört. Stimmt. Easy. Dann hopp. Äh. Wir wissen nicht ob es noch ein anderes Team gibt. Wir haben vorhin echt nahe Schüsse gehört. Ja warte ich kann noch einmal diese Schattensichter machen. Ja mach. Hab nix gesehen. Okay. Da vorne ist es. Ich weiß zwar auch nicht was ich sehen soll aber... Äh ne ähm... Orangene Silhouette. Würdest du wenn dann sehen. Sieht gut aus. Achtung. Oh. Sieht gar nicht gut aus. Ich glaube ich hab dich auch getroffen. Ah passt aber. Alter wir sind so gut. Das lief ordentlich. Ich hab zwei Spieler gekillt. E-Sports ich komme. P unas. Ruhe. Aber kein Kuß. Kein. Hast du auch mit mir! zew stiffness? aten? Vielen Dank.